60 Gramm Bibärchenköp Hardcore Team Deathmatch DEMO 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 schon werde ich angekommen feindlicher Halt im Anflug ja, vorwählte ich hatte diese Anschlüsse auf der Lüfte das war aber leider nicht nicht wach uns bei Galt du sitzt bis daheim und weiter, denn sonst ist die gerade gegen Schiff nicht nein nein hier kommt ja eh keiner verbündete Satcom aktiv feindliche Satcom gesichtet feindliche Satcom gesichtet naja ja, dein Hund lebt wach und getötet da ist eine Reine schwuppchen hier geht für die departments in der Fahndage auf der Fahndage gefallt auf der Fahndage verkleidet dritte da wollte er ein Rhein aber eine von uns Wir liegen in Führung! Eine noch, dann kriegt die Heli. Doch eine, dann kriege ich die Heli vor. Nein! Oh, dann kommt man weiter. Ich habe einen Heli! Verbündete Heinz im Anflug! Ich weiß, ich brauche noch einen Abschluss. Ich habe einen Abschluss. Ich habe einen Abschluss. Ich habe einen Abschluss. Ich habe einen Abschluss. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn gerade noch schlossen. Ich hoffe, ich hab keine Ahnung, ob ich ihn holen könnte. So viele. Ich. Ich. Feindliches Altcom gesichtet. Ich will nicht wieder oder immer noch gegen diesen Mäckchen. Ich. 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 Ähm. War ich eigentlich? Ah. Ich seh schon, der Satcom Munitionskiste nebeneinander. Er ist ungeschützt. Hab ihn. Nein. Ah, jetzt wollte ich auf einen schießen, der ist aber hinter einem... Ah, ich hab mich selber erschossen. Ich hab ihn gut gefickt. Nein. Ich hab ihn gut gefickt. Feindliches Altcom gesichtet. Nein, da liegt ne Ladung. Guck, ich bin nochmal. Wir gewinnen diesen Kampf. Nein, da wünscht uns. Es gibt nicht mehr. Wir spielen den Kampf. Aber ich... Wir dachten nicht mehr. Holt schon wieder einer die Regenringe hoch. Verbündete Oracle online. Ich hab nochmal Vorräte. Geil, was hab ich? Du Juggerlaut. Wie geil. Ja, ich hab ihn. Ja, Leute, bewacht nicht hier den Eingang. Nein. Gut gemacht, Team. Sehr gut. Hör auf. Nicht schlecht. 17 zu 2.